servus leute heute gibt es eine kleine zündelrunde am heiligabend bis den f1 wir haben hier die kugel blick a von funke so dann mach mal zündung einfach in die mitte rein und abstand also beste quäckling balls wie sagt ihr vom funke kugel blitzkaliber a silber oder wie die heißen so jetzt geht es weiter mit einer rungweifontäne von nico so jetzt den black box was war das purpur 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 purple oder was okay black box kleiner vulkan so dann noch mal eine bonsai fontäne und jetzt noch drei flitte feuersteine vom wiko kannst du das alles zusammen machen oder einzeln dann zähl sie ein bisschen auseinander weil das macht dann irgendwie ein besseres bild so jetzt haben wir noch hier dicke brummer xxl von wiko machen wir drei stück oder stellst du einfach auf die gas und also draußen vom hofflo und steckst du da so warte mal ich habe hier noch drei kleine dicke brummer also jetzt sinds nochmal oben und einfach aufrecht hinstellen jetzt müssen wir erstmal hier raus gehen mach es am besten auf den gulli oder so dann kommt der saum besser nacheinander oder? ja nacheinander das ist jetzt ein kleiner gell? ja das ist ein normaler dicke brummer wo ist denn hier die zinschnur? ach da dicke brummer am besten doch ein bisschen weiter hier vorne weil sonst geht da ein gulli rein und jetzt zum vergleich mal ein xxl hast du einen großen? ja ja mach mal ein xxl am besten ein bisschen weiter vorne sonst geht der nicht ja ich hab keinen bock dass der ein gulli fliegt was jetzt ein dicker brummer xxl ach dieser duft ey geil jetzt machen wir mal ich versuch mal ein also zwei von den dicken also einen großen also einen xxl und einen normalen jetzt mal zum vergleich ein normaler dicke brummer vom wiko und einen brummer xxl vom wiko der hat sich verabschiedet in den gulli ok ok jetzt will ich mal einen werfen mal einen gucken ob er sich dreht ja der dreht sich oder nicht? das könnte funktionieren dann probieren wir mal probieren probieren wir mal ob er sich dreht jo danke fürs zuschauen mit euch allen noch frohe weihnachten kyrus und nächste woche geht's ab ne lass's krachen haut mal rein jo ciao